Die Methoden sind alle klasse, also ich bin begeistert von jeder Einzelnen, vom Winken, von den Handflächendruckpunkten. Es ist Wahnsinn, also die systemische Aufstellung, da sind tolle Sachen herausgekommen, der Future-Back-Check auch ganz, ganz toll, also bin begeistert. Mein Name ist Yvonne Saman, ich bin 33 Jahre alt, ich habe einen fünfjährigen Sohn, bin alleingeziehend und arbeite im Moment noch in einem Kindergarten, wo aber ein Wechsel mal ansteht. Auf EPE bin ich gekommen durch Facebook. Ich habe da mal so geguckt und auf einmal war da noch eine Werbung und war da sofort gespannt und habe mir das durchgelesen und gesagt, boah, das ist toll. Und dann war ich gerade am überlegen, ob ich noch irgendwas anderes mache und dann habe ich gesagt, nee, dann überkundigst du dich jetzt mal und dann war das eigentlich so das Ding, was ich machen wollte. Einige Seminare habe ich schon miterlebt, aber es ist kein so gewesen wie hier. Man freut sich morgens hier reinzukommen, man wird freundlich begrüßt, teilweise um Abend und ach, wie geht's dir, geht's dir gut, also es ist ganz, ganz, ganz toll. Also, ähm, wie soll ich sagen, ähm, man wird familiär aufgenommen. Es ist halt einfach so eine kleine Familie, die wir bekommen haben, zusätzlich dazu. Daniel ist ein ganz, ganz, ganz toller Mentor für mich geworden, ähm, ein Vorbild, Mentor, dieser, er macht es authentisch, er macht es mit Freude und erlebt es und das ist einfach toll und es reißt einen mit. Und man will eigentlich auch wirklich diese Methoden sofort ausprobieren, die er uns gezeigt hat und wirklich auch starten wie er.